Wir können einfach hier noch Kohle abzwacken. Träuchert machen? Ob das zu der Wand? Ohne abzwacken. Naja, würde ich noch nicht, warte mal lieber, oder? Ne, lohnt sich nicht. Ich vorstell' gerade die Elektrotechnik. Danach wird schnell die erweiterte Fortgeschritte und dann haben wir die Öfen. Die großen, die mit Elektro, weißt du? Also das ist innerhalb von ein paar Minuten. Da braucht man 40 grüne Fläschchen ermastert. Und 40 rote. Haben wir ja ganz schnell. Guck mal, wieviel kann ich bauen? Ich kann 20 grüne Fläschchen bauen. 20. So, ich baue gerade 40 grüne Fläschchen. Schau mal. Aber du weißt, welches System ich jetzt machen will, oder? Das heißt, man kann jetzt immer von der Hauptader immer eine Linie abzweigen, weißt du? So, und dann hast du immer auf jeden Fall, in jedes Teil hast du dann deine Ressourcen und kannst halt doppelt machen. Die Bahn, dreifach und immer, was man halt so braucht. Und da will ich jetzt mit Kupfer machen noch. Da haben wir hier zwei Hauptbänder mit Kupfer, wo die Platten drauf sind. Und, 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 also das geht schon echt super hinterher. So, und das Kupfer und das Erz, ne? Wenn wir nur noch Eisenerz hier drauf haben auf die Bänder, ne? Dann lassen wir die immer im Kreis laufen. Das heißt, immer eine Kreiszurführung. Das ist echt genial. Bis die Elektrotechnik für die ist, habe ich die Fläschchen auch produziert. Du hast das Autospeicher ein bisschen niedrig gesetzt, ne? Ja, ich muss das höher setzen mein nächstes Mal. Geht ja noch, ne? Oder? Geht. Geht. Oh! 귀ht. Ja ich höre. Nicht erweig hab zu dir. Nein. Neh. Geht. Geht. DeOO Ton Ya看 mir die Läste. Alpha Ja Can Le reste. Democrat Deo Aus. Also Kupferplatten haben wir mehr genug, sind oben in den Öfen, die sind voll, alter da, der produziert ohne Ende, der Ofen. Wollen Sie hier neben noch was bauen? Ja, da kommen auch noch Kupferöfen später hin. Äh, dann bau ich. Nein. Einen Moment, ich bin sofort da. Ja, wir bauen da gleich anders. Okay. Ja. podcasts. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. 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 Ja gut, die produziere ich dann danach. Das Labor geht ja schnell. Ich muss ja eben beim Multimedia-Kundenservice anrufen. Das ist nämlich, ich habe nicht nur WLAN-Probleme, aber das ist nichts Technisches. Ich muss ein neues Gerät bestellen. Bis gleich. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.